Warum wird die Musik so seltsam? Seid ihr hier runter? Ah, dahinten! Ah! Nicht schon wieder! Nein! Das war knapp! Das war so knapp, ey! So lange, ich werd gezogen! Ich werd gezogen! Da oben! Das ist ja unfair da oben, ey! Munition! Was? Sehr schön! Munition! Ich hab eigentlich schon noch genug Munition oder was? Los, am Gerüst hoch! Ein Mitarbeiter! Nein! Ein Mitarbeiter! Verdammt! Kürzt die Löhne! Nachträglich! Und dann plötzlich alle Zombies... Wir sind die Union! Ja! Dann kommt noch Weradin! Oh nein! Ah! Oh mein Gott! Der, der gerade runtergefallen ist! Was? Der hat sich runtergeschmissen! Oh! Waren wir da unten schon? Ja! Anstatt die Tür einfach aufzumachen! Oh Gott! Ja, ja! Nur weil er an mir vorbei... ...wollte! So! Ah! Ich nicht! Ich bin ein Mädel! Nein! Hilfe! 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 Hier sind so riesen Flanken und ich kann nicht daran vorbeigehen ohne mit dir, weißt du, ich muss runterfallen. Anstelle da einfach stehen zu bleiben, also automatisch so, ah, ich lass es völlig wieder runterfallen. Oh, ein Fahrstuhl. Ja, ich hab ein Medikin für mich gefunden. Gate, willst du eins? Ich hätte auch gerne eins. Ich hab noch eins, ich hab noch eins vom Safe-Room, ne? Dann benutzt du das für Gate und ich heim mich selbst. Aber noch nicht, danke, noch nicht. Weil ich hab jetzt gerade Schmerzmittel genommen. Hier ist noch ein zweiter Defi. Na, Kampfwache. Ich mach auf, du hast zu, ich mach auf, du hast zu. Was ist das? Oh Mann, das sieht hier so. Oh, ein neuer Computer. Jetzt ist der alt. Ich möchte mir erst mal die anderen Dings angucken. Yes. Mach ruhig. Aber jetzt bin ich ja... Was haben wir hier? Hier ist ein Defibrillator. Was denn? Nix. Warum seid ihr schon mal da oben? Ich bin erst hinterher, weil ich dachte, das wird schon nicht so schlimm. Nix. Oh Mann. Du kriegst mit mir, ja. Hilfe! Tag mich! Dankeschön. Ich dachte, die wär schon tot, voll die Verarsche. Oh ne Platten. Oh. Voll cool. Voll cool Idee. Ich kenn ja auch mal, wenn ich blute und einfach Schlimmerheitsmittel nehme, kann ich hier ganz normal weiterlaufen. Ja. Oh, guck mal hier ist ein Aufnahmeraum. The fuck, ich bin da... Wo bin ich? Ich kann hier nicht mal langlaufen. Hier ist eine Tür gegen die Teile. Komm mal hier. Wir sollten doch ins Radio gehen. Haben die doch gesagt. Rohrbombe! Hier ist eine Rohrbombe überbraucht. Ey, was hast du jetzt? Ich hab ein Medi-Get. Nimm mal die Tür da an. Ich freuchte gleich an. Wow. Du kannst ja nicht mal langlaufen. Die Musik. Noch ein Elektroshocker. Keiner wollte die Rohrbombe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ist das hier ein Aufzug oder was? Nee. Ja komm, ich seh dich, ich seh dich. Oh, ich seh dich doch, du Bitch. Ja. Kett, geh mal kurz zurück, dann heil ich dich mal. Thanks. Nein! Ich schon wieder. Moment, ich hab dir was für dich. Dankeschön. Warte, ich krieg dich hin. Oh, danke. Oh, wie cool. Thanks. Oh, wie cool. Schwarze müssen zusammenhalten. Ja. Wo geht die eigentlich hin? Wir machen immer etwas blacker. Wir machen immer etwas blacker. Lower the tower to make a bridge. Ich wollte nur mal wieder runter gehen. Aber scheinbar kann man mehrere Wege wieder gehen. Finde ich gut. Oh, shit. Nicht so linear. Nicht so linear. Ja, das Spiel ist aber linear. Ja. Ja, ja, aber nicht so linear. Lustig. Finde ich gut. Ja, Linearität muss nicht immer schlimm sein. Zum Beispiel bei der Gear. Aufmerksamkeit. Finde ich gut. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Arthur, aufmerksamkeit. Ach, Augen drehen. Ah. Ah. What the fuck. Ah. Ah. Ja, nee. Das ist jetzt wieder ein bisschen... Ein bisschen was anderes. Äh, ja. Was wolltest du jetzt damit sagen? Weiß ich nicht Alles, was du hören wolltest So, weiter geht's Geben wir dir einen Blotow Okay Gate ist ganz vorne, ich kann's gar nicht glauben Müssen wir hier rein? Nein, wir müssen das hier oben Kommt jeder zurück Kommt zurück Zurück zum Dach Müssen das hier, äh, müssen hier den Tower springen Springen? Ja Springen Warum? Wollen wir verhindern? Ungefähr so, geh weg Wollen wir verhindern, dass jemand Weg, 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 weg Ja, bleib mir verstehen Stimmt, sprengen ist nicht so Warum mussten wir das machen? Damit wir eine Brücke machen Ja, das denke ich mir auch immer als erstes Sachen sprengen für eine Brücke Geld, 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 Geld Oh Gott, jetzt Meine Fresse, hätte mal jemand die Robb umgelegt Dann hätte er ja jetzt eh wieder die Kills weggemacht Ja So Okay Nur weil das umgefallen ist Er schießt mich denn dauernd ab? Mann sind das viele Ich hab jetzt auf Moriarty geschossen, aber nur weil ich geholfen Oh mein Gott Ich hab nämlich gerade so ein ganzes Magazin abbekommen Das war ich Weil du immer vor mich rennst Ja, aber du hast ja keinmal das ganze Magazin auf mich geschossen Sondern nur ein Schuss Das passiert jene Mal So, whoopsie, tschuldige Das passiert jene Mal Das passiert jene Mal Aus Versehen, dreimal hintereinander In einer Minute Oh mein Gott, wo kommt die alle her? So, lass uns weitergehen Die nerven mich Die kommen, glaube ich, immer wieder, oder? Denkbar Oh mein Gott Hab ich Angst Hey, wie kommt man irgendwo? Achso, Treppe Ah, pass auf Also echt dicker Schwarzer Drückst mich weg Loll Wie können die das denn schaffen? Wie können Zombies da rumlaufen? Oh, ein richtiges Dach Wie schön Boah, ich heile mich erstmal Medikit gefunden Ich heile mich mit meinem Medipack Vom Dingsraum Munitionsvorrag Moni Hier sind Gewehre Ich behalte jetzt das Sturmgewehr Ganz ehrlich Ist das gut? Aber einmal Es gefällt mir, sagen wir es so Das Gute ist kein Traum Verhört es doch Die Treppe Die Treppe ist kaputt gegangen Ich bin runtergefahren Ich auch Voll cool Oh mein Gott Also nicht cool, aber Ist es Ich bin jetzt alleine oben Ist dir das auch gerade passiert? Ja, ja Das war gescriptet Oh mein Gott Okay, wo ist die Witch? Wir sind in Rotlicht bezirrt jetzt Die sitzt auf der Couch neben dem Bett Mh, Herpes Könnt ihr, könnt ihr sie noch nicht angucken? Ah, 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 ah Es war eine zweite Nein Alter Oh Gott Das ist, das ist ein Gang voller Witches In jedem Raum Da sind Nutten Wie cool Oh mein Gott Wie cool Oh, das mag ich hier, das Licht Das sieht nämlich aus, wenn man eine Sauna wäre Das ist, das ist fucking Bordell Wie cool Wie cool die Map ist einfach Es gab Shipping Oh nein, nein, nein Da gibt es Heilung Nein Sie rennt weg Ja, hallo, sie will auch nur ihren Job machen Defibrillator Ja, sie ist weg Komm, Jess, ich heil dich Verstehe Nein Oh nein Oh nein Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Oh mein Gott Meine Fress Die haben sie aber ein bisschen leichter gemacht Wie cool das ist Vielen Dank Komm mal her, Jess Heiß, ich will nicht verabschieden Okay, ich möchte mir die Räume trotzdem nochmal angucken Mach das So du weißt, wo du später arbeitest Wow, das war bold Was? Das war richtig Bold and beautiful Äh Äh, Sprengladungspaket Ne, Splittergranaten Ich will was trammen Ja, das wirst du auch später dann sagen Wow So, hier, bitteschön Setze Granaten ein Auf die Leiche Mir doch egal Das heißt ja auch Der kleine Tod Oh, bitch Komm her Wir können nicht helfen Oh nein Oh ja Ah, nein, nein Aber, sehen Bordelle wirklich so aus? Dann hört man wie der nebenan auch vögelt Das gilt, sorry Das ist ja voll schrecklich Bleib Bleib Da Drüben Okay, das war jetzt auch nötig Paddel, paddel Und BAU Au Wie konnte ich die nicht treffen? Wie konnte ich die nicht treffen? Na, was war jetzt? Guten Tag Guten Tag Ja Guten Morgen, liebe Yes Ist egal War ein Disk gegenüber AHHHHH Ich höre einen Jockey Ich höre einen Oh mein Gott Und ich höre Und sehe Ein sauberes Bett Boah, endlich Ich höre ihn Danke Guck mal wie schön sauber Richtig super schön Hey, das ist auch gerade wieder sauber geworden Das sind selbstreinigende Betten Sehr schön War da drüben irgendwas? Ja Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach Also sieht man sich das immer auch im echten Leben sagen muss Wie man nachgeht Doch Bei uns heißt das Bei uns heißt das Twitter oder Facebook Lade nach Bin gerade unterwegs Kaufe mir jetzt eine Pizza Lade nach Lade nach Weg da, weg da Warum Warum werden die nicht verätzt Ey Oh yes Wir sind im Wellness Center Oh, wie schön Oh man, ey Geil Oh mein Gott, wie schön Guten Tag Ich möchte mich hier anmelden Ich habe eine Kann alles kaputt machen hier sogar Richtig kaputt machen Ich habe Eine Reservierung Verdammt Ah Aha, yes Was sind das hier für ein Krankenzimmer Im Harborview Das ist ein Gruppenzimmer im Harborview Hotel Ja, nee, das ist ja noch draußen Das wurde ein Shelter Wollen wir uns das Hotel noch angucken? Dann würde ich das Hotel noch ein bisschen angucken Was ist denn hier? Ein Gaslack Super Da mietet man sich ein Um sowas zu bekommen Klimakotze Und wir bleiben hier, Gary Okay, los Oh, the fuck Komm, 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 komm The fuck, ich stehe an der Tür Äh, und mich hat einen Charger Ich auch Leute, mich hat einen Charger Komm, wir kommen, wir kommen Ja Ich schütze euch Da oben ist ein Splitter Warum treffe ich nicht? Okay, rein Mann Ich drohe doch den Punkt drauf, ey Okay Hey, rein jetzt Rein jetzt Ja, ich komme Gut, Herr Junge Ihr übt recht, ne? Fürs Setan Oh mein Gott, so viele Flüsse Immer noch mehr Chips hast du? Ja Oh mein Gott Wie groß sind die Chipspackungen? Jetzt habe ich ja auch langsam Lust auf Chips Aber ich könnte ja nicht, wenn ich Krippe habe Chips essen Musst du da nicht kotzen? Nö Also Eigentlich nicht Nö Das ist nicht so wie bei der Magen-Darm-Infektion Ja, da wäre es wirklich geschaffen Ja Okay Der war wirklich schlecht Blablabla Zähler to fuck up Ich würde Zähler to butt Okay I'm taking the kids to the airfield Immer diese Abigail Wo ist diese Abigail? Vielleicht treffen wir sie am Ende Vielleicht ist Abigail der Ah, ins Gesicht Das wäre lustig, wenn er irgendwo wirklich dann Ja, ein bisschen Erfrischung Wenn er wirklich dann irgendwie Irgendwo eine Abigail wäre Was ist das hier nochmal? Äh, Jagdgewehr Dann Das ist weit In der Mitte, meine ich Irgendeine Maschinen-Dings Ich glaube Wir können ja von hier aus schon ballern, wa? Jo Ich würde das heilen Amy, heil dich auch mal Ach, hier mal brauchen wir die Mal gucken Moment, dann mach ich das Ich möchte eine Kroka-Cola Kroka-Cola, oh mein Gott Kroka-Cola? Gib mir eine Kroka-Cola Oh, wie cool mit einem Krokodil Jetzt muss ich mir an den Nuka-Cola aus Voll aus der Reihe denken Hier, nimm mal jemand hier den Den mit hier Den 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 Herzschritt machen Ja Ich stehe hier Danke Ich hab den Einen mitgenommen Und weiter geht's Oh, ein Pool, ein Pool, ein Pool, ein Pool Oh, kein Wasser Und ein Darm Yay Au Ich find's voll cool hier Können wir nicht hier laden? Ach, schon so doof Sie hätten nicht essen sollen, bevor sie schwimmen Ey, ich hör Möwen Habt ihr auch Möwen gehört? Ja Cool Cool Ja, Möwen sind ja auch sicherer, so gesehen Auf dem Wasser Wir sind am Hafen Lade Cool Geil Wie geil hier durch das Loch in der Mauer geht Und ich stell mich auf den Blumenkasten um über die Mauer ein bisschen Die Weitsicht ist jetzt auch nicht so geil, aber Ja, du bist halt ne Frau Ja, du musst auch gleich noch ein bisschen Ach, ein anziehbares Fass Hm Wie kommt man denn da hin? Ja Genau das Entschuldige Entschuldige Es war dich mit Absicht Ich hab gesetzt auf Yes und wir können nicht zu ihm hinkommen Doch Okay Ja, zum Glück hast Hast Bist du bei ihm Ja, gib mir die Schuld Nein, nein Nein, nein, überhaupt nicht Oh mein Gott Nein, hab ich nicht Das war Spaß Das war einfach nur Wir kommen jetzt nicht hin Okay, ab sofort geben wir immer Yes die Schuld Okay Wenn's sowieso so klingt, können wir es auch richtig meinen Das ist so wie wenn jemand Oh, hier ist ne Sprengladung Ach, geht's dir schlecht? Nein, es geht mir gut Warum geht's dir schlecht? Ach, Yes ist Schuld Die ganze Zeit seufzen Brandmunition hier Brandmunition, yay Ich mach gleich mit Brandmunition Kauft jetzt Brandmunition Es gibt ein Zombiefeuer Hier drin ist Brandmunition Hier ist Brandmunition Ah ja, okay Wo Rainy war Ah, ihr seid von unten gekommen Oh, oh, oh Oh, oh Ach, Arterlin, nimmst du mal mit Das ist ja lustig, so viele Wege Das ist ja lustig, so viele Wege Oh, das sieht schön aus Nein, eigentlich nicht Das Wasser sieht so hässlich aus, oh mein Gott Oh mein Gott Bäm Nein, ich bin nicht mal in der Nähe Ach Entschuldigung Und dann gibst du mir die Schuld, ja? Du bist doch immer schuld, haben wir doch jetzt gesagt Auch wenn wir die Möwe abschießen Schattenbugs, wuhu Schore Ja, das gibt's jetzt so genüge, das stimmt Diling Boah Ein Jeep hier, ey Hört ihr auf mich, lade nach Cool, darf ich damit fahren? Kann ich hier ins Wasser? Hier ist, hier ist ne Kuh Hier ist ein Fisch Ah, wo kommst du denn her? Hier sind zwei tote Kühe In dem Laster Ich hab ne Meerjungfrau getötet Wer, äh, transportiert denn zwei Pink Slime Industries From Nothing Comes Wow Okay Die kommen aus dem Wasser, die kommen wirklich aus dem Wasser Oh, der andere Fliegt wie so ein Regenbogen über uns Geh ich halt hier hin Oh, ist das schön Und hier ist ne Waffe Wär jetzt wie bei Dings Erấyst so ein Bild da einfach hinten mit so nerazu Das wär schon cool Da war schon Wie bei, ähm, der letzten Map Waffen Jetzt einfach einen dимke Und dir hattet irgendwo da hinten auf soen Boten-Smoker gestellt Und ich hab's irgendwo da hinten auf so nen Booten-Smoker gestellten Ja! Waffen-Am-America Wo ? Und hier, hier vorne kamst du hoch Hier geht, andere Seite. Wo ich stehe. Ja, aber es ist gerade so schön. Wie kann das Schiff, wie kann das Schiff, bitte? Ja, die Strasse, Mann, wo du... Ich gehe einfach mal. Kein Wunder, dass das Schiff nicht wegkommt. Etwas hast du gemacht? Ich bin runtergefallen. Oh, ich höre ein Zeck. Ne, mein ich Dingscharger. Da kommt noch mehr aus dem Wasser. Die fliegen aber tief, die Vögel. Ja, ich verarzt mich ja gleich, Spiel. Ist ja in Ordnung, mache ich gleich. Nimm mal Adrenalin. Ja, jetzt schon. Ja, mach einfach und dann gebe ich dir noch was. Komm her. Ja. Du hast mich gerade angeschossen, geht. Ich wundere mich. Hier ist eine Kotzbombe. Hier ist eine Kotzbombe. Warum kann ich auf dieses Schiff hier? Okay. Dann ist es egal. Wuma Galle hier. Richardson. War da hinten nichts mehr, wo man da hinkonnte? Ist hier vorne noch. Die Locations sind zwar ganz nice, aber bisher passiert irgendwie nichts. Ja, stimmt. Ordinary. Die ganze Zeit. Oh, ich geh mal da hinten hin. Oh, Deep Water. Nee, nicht wirklich. Baum. Ich fucke alles ab. Ich fucke alles ab. Ich glaube, hier müssen wir langen. Wo? Hier. Bald trick. Aber gerade, ich will kurz hier rein. Oh, cool. Heilung. Shotguns. Wer will sie noch heilen? Pass mal kurz auf, muss nicht los. Äh, ich brauche nichts, aber ich hole es mal. Okay, Smoker bei mir. Das freut mich. Ja. Aber Smoken ist ungesund. Komma, komma, komma. Jo. Komma, 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 komma. Ich bin hier. Kritiker. Wir kommen nicht zu dir hin. Das ist das Problem. Doch. Ah, jetzt. Oder? Nein. Gib erst die Schuld. Ja, da bist du. Ja, wer ist die Schuld. Okay. Puh, das ist einfach. Das machen wir ab sofort. Aber warte, komm mal her. Komm mal her. Ich patte dir mal so. Nein, komm so. Alles wird wieder gut. So, bitte schön. Alles wird wieder gut. Waffen! 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 Geht fendt. Vorsicht, tiefes Wasser. Okay. Sind tief. Erstmal ausprobieren, wahr? Ja. Die Brücke! So muss es sein. Die Brücke! Unterwäsche ist ja wirklich nie so hübsch. Oh, fuck. Was ist das? Oh, ein Auto, ein Auto, ein Auto. Oh. Fuck. Nein! Nein! Oh nein, unser einziger Ausweg. Das ist ja noch nie passiert. Oh nein. Ich glaube, er ist noch ein Spiel davor. Ich bin nach vorne gebrannt. Ich bin nach vorne gebrannt. Dein Mikro ist wieder weg. Ja. Oh nein. Was tun wir? Der oben hat nur nachgedacht. Und jetzt haben wir. Gate, was tun wir jetzt? Aufgeben. Okay. Äh, ja. Aufgeben. Ich müsste in den Jockey werfen, Brotter. GAMI, sag doch einfach Jockey. Ja. Schmoni. Vorsicht! Nee, er kann nichts. Äh. Okay, guck mal. Es passiert gerade etwas mit mir. Ein romantischer Platz. Oh. Ja, ich gehe hier aufgestanden. Aber ich weiß nicht was. Ich spüre etwas in meinem Nacken. Hunter! Ich denke mal, GAMI wird, äh, wird... What the fuck? Wo ist er hin? Ich bin bei euch. Wo ist er hin? GAMI wird heute Nacht aufwachen. Jockey. Einfach so, sehr viel später. So. Ja, tut mir leid. Ich war schon zweimal in Dienseburgs Live-Tagen. Eher so der ruhige Kamerad. Ja, irgendwie zwei Stunden später. Fick dich, du Hurensohn. Nein, ich habe Halo gespielt, nicht Call of Duty. Headshot. Nee, da habe ich eher dann geteabackt. Teabackt. Sagst du denn bei... Dann hast du gespielt am Samstag, am Sonntag morgens dann in der Kirche. Teaback, bitches. Machst du denn mal schon. Oh nein, ich höre eine fucking Bitch. Wo ist die Bitch? Ich sehe euch nicht mehr. Oh, Charger bei mir, Charger bei mir, Charger bei mir. Oh! Der Charger ist weg. Ja, ich habe es gesehen. Doll. Und der Ritter verwechselt. Die ist ganz in der Nähe hier, Gamey. Geh du mal vor. So war das nicht geplant. So war das nicht geplant. Was? Lade nach. Was ist das Safer? Warum hast du das so nicht gebraucht? Ich musste nach... Hör auf zu heulen. Du blöde Bitch. Da kommen ganz viele jetzt. Dreh dich mal um und guck mal hier runter. Sie nervt so. Sie nervt so. Und die Hexe auch. Wo sind die denn? Was machen die da hinten? Kills abgrasen. Hier sind Zombies. Ja, aber da waren wir doch eben schon. Ja, und trotzdem laufe ich nicht mit einem Bindel Zombies im Nacken. Im Nacken? Die müssen einfach durch Richardson durch. Oh, ich höre was. Yes. Yes. Ach nee, ist nur Gate. Ist nur Gate. Ist nur Gate im Busch. Äh, scheiße. Ich hab ne Meute an der Backe. Kommt doch einfach hierher. Guck wie das ausgesehen hat. Oh, fuck. Danke. Wo ist die Witch? Ich mach One-Shot. Ja, sie nervt auch ziemlich. Hat funktioniert. So einfach ist das. Gamy, komm her. Gate, wohin gehst du? So. Nein, ich... Ah, da hinten ist er. Ich warte hier sonst. Ja. Das ist ein... Das ist ein Jockey. Zoppel nicht home, ich heier dich. Zoppel nicht home, das ist so eine Infizierung. Was ist nur gebissen? Jemand, jemand kann, jemand kann diese LMG holen. MLG. Die was? Die LMG. Okay. Mach ich mal. Ah, kann ich wieder aufgeladen werden? Ja, das ist so eine Spezialwaffe. Egal. Oh, da ist einer. Ah! Oh, das ist so romantisch, hier muss ich kurz hin, tut mir leid. Hallo, 50 Euro. Keine Antwort ist auch eine Antwort, Bitch. Da ist ein Charger. Okay, sehr seltsam gemachter, ähm, Idiot, mal wieder. Sehr seltsam gemachter Park. Ja, mit einer Pfütze. Oh, da ist so... Lade nach! Boomer! Hier! Hehehehe. Okay. Weiter geht's, wo sind wir eigentlich? Müssen wir uns mal gucken. Dewey, Shetham und Hoey. Anwälte. Okay. Lade nach! Ach, das war ja. Hehehe. Schieß geht doch immer doch, nee. Sorry. Fuck my phone. Oh, jetzt springt einfach rüber. Badass. 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 Warum badass? Was hab ich gemacht? Das war doch kein Angriff, war ein Lob. Ich hab doch gar nicht gemeint, dass das ein Angriff war. Er hat schon vergessen, was ein Lob... Leute, Gott. Ja, okay. Dann ist es einfach deine Art. Ich hab einfach nur gefragt, was hab ich gemacht, während ich... Willst du mich heiraten? Oh mein Gott, heiraten? Ja, gerne! Ha! Ich liebe dich. Oh, verdammt, ich liebe dich auch. Man! Ich hab ein Medikett, nur zu einem Tor. Halt doch mal die Fresse. Hopp. Ist hier irgendwas? Nö. Hier ist wieder ganz viel Papier. Geil. Das ist so der eine Fetischraum von den Papierfetischisten. Ja, Papier, Alter. Das war mal Holz. Hier ist eine Bombe, also eine Brandbombe. Vologpopcriat. Guck der jetzt? Ja, ich hab die gebraucht. Ja, sonst hätte ich das noch nicht mal. Ah, hier ist irgendwo ein... Jockey. Aber ich... Da ist er. Ja, wo müssen wir langen? Heilong! Hier können wir weiter. Ja, hier müssen wir. Adrenalin. Bam! Ah, bam! Holy Schemi, aus der Ecke kam! Wir haben Türen barrikadiert. Wie cool. Das ist alles cool. Das ist mal richtig. Das ist viel, viel besser als es danach steht. Hallo, Gami. Ach so, was machst du denn hier? Der klopft doch nur. Lass ihn doch. Why do Zombies suddenly appear every time? Yes, it's near. Was ist near? Oh, das ist die Musical. Just like you. Oh, wer hat nämlich sogar mit dem Hatshot gegeben? Ah, ha, ha. Close to me. Too close! Wir sollten wirklich mit dem Hatshot machen. Was ist denn das hier? Bist du noch oben, Gert? Nein. Okay. Nein, ich bin runter. Weil da kappelt sich von hinten wieder neue Karten. Dieser Bereich oben, damit man nicht runterfällt, war mit Absperrband abgesperrt. Süß. Ja. Ah, hier ist es zum Teil. Bam! Hey, die Brücke senkt sich. Ah! Natürlich, so einfach ist das. Oh, was ist hier? Auf, fuck, die Wand dann. Wir sollten über die Brücke. Ah! Müssen wir über die Brücke drüber? Was machst du denn? Wo kommt die denn her? Was ist hier? Die Musik wieder. Da kommen bestimmt jetzt Tanks, oder? Würde ich mal sagen. Hat die von Molotov? Ich habe ein Rohrbombe. Ich habe eine Rohrbombe. Ja, hier hat eine Rohrbombe. Ja, ich habe eine Rohrbombe. Können wir jetzt endlich drüber? Warum können wir nicht über die Schranke klettern? Ja, das ist echt dämlich. Das bringt ja überhaupt nichts, die Robo mitzuwerfen. Ja, weil noch kein Zufall ist das. Eben kam da doch welche. Okay. Wie macht ihr das? Jetzt. Keine Ahnung, wirklich relativ wenige. Ja! Raise the bridge behind you. Seid ihr hinter mir? Boah, ich sollte echt mal irgendwie Battlefield-Dead. Dann werde ich da besser und dann kriege ich auch total geilen Stats und Kills und so. Also, wenn du Battlefield-Spielst, bringt dir das rein gar nichts. Warum nicht? Weil es nicht wirklich dein Aim verbessert. Das bringt mir aber Klicks. Jetzt schon, dann müssen wir halt Kontos durch spielen. Du bist so ein kleiner Cookie-Gamer, ne? Achso, so meinst du das. Ja, ich muss mich zurückhalten. Ich hab sehr viele davon gespielt, aber Cookie-Clicker spielt gern. Oh, ich bin raus. Ich bin nicht tot. Da ist der Tink. Wenn er mal was sagt, ist das was Falsches. Da ist der Tink. Wo ist er? Ah, da. Oh, vielleicht nicht auf dem Game mit dem Rohrpunkt. Ja, ich... Sorry. Verdammt doch mal! Jetzt hat er... Jetzt wird er ein steilhäufig werden und ich hab keine Chance auszureichen. Ah, tot! Ja, kommt ja. Schieß mal alle tot! Nee, wir müssen weiter. Jamie! Lass... Lass... Lass hier mal Hilfe! Los, auf! Hoch, hoch! Geht ja, geht ja. Und er sagt einfach nicht, nö, ich entspann mich ein bisschen auf dem kalten Boden. Danke. Oh, fuck, Charger hat mich. Charger hat mich. Doch, noch irgendwann was. Was, 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 was? Charger, treh dich doch einfach mal im Kreis und guck dir das auf. Ha, ich kann noch jemand heilen. Ah, er kann sich selbst noch heilen. Okay, gaming. Ich wäre dafür, dass einer mal mit mir kommt und die Wunscher kann. Ja, ich werde jetzt immer gaming ein bisschen. So. Er ist aus, Entwirkung. Okay. Achtung! Ich lade nach. Ja, warum hast du dich vorher für die Pillen genommen? Weil ich die gerade im Schrank gefunden habe. Ach so. Ja, aber ich hätt sie auch gern. Adolin ist hier. Entschuldige, ich hab nur noch... Schon wieder. Aua, 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 Achtung! Wow, 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 wow. Wie viel denn hoch? Gerade ist es heftig. Ich hab nämlich keine Waffe mehr. Hier, da ist Muni drin. Die kann ich nicht aufladen, weil er die Spezialwaffe hat. Braucht jemand Heilung schnell? Nö. Mehr als ich. Moriarty, komm. Aber du hast es selbst noch. Boah, voll der Killsteal. Nimm mich erst mal in Tabletten. Na, erst mal meine Herz-Tabletten. Ja, das war jetzt aufregend. Ja.